Liebe Viertklässlerinnen und Viertklässler, liebe Eltern, herzlich willkommen an den St. Ursula Schulen. Der Tag der offenen Tür findet dieses Jahr digital statt. Am Freitag, den 18. Februar, präsentieren wir Ihnen hier Einblicke in unser Schulleben. Mein Name ist Manuel Schwörer und auf diesem Sofa werde ich Ihnen einige Gäste empfangen, die live von unserem Schulleben berichten. Außerdem gibt es Filme über die einzelnen Fachbereiche und in Livechats haben Sie die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Auf der Homepage der St. Ursula Schulen finden Sie den entsprechenden Link. Wir freuen uns auf Sie.